Also dieser Alvi Davis sang ja dieses Alicia Keystyle ziemlich gut. Aber ich frage mich, was hat der denn beim Supertalent zu suchen? Ich meine, er spricht kein Wort Deutsch, versteht es wahrscheinlich auch gar nicht. Und da kommt er zum Supertalent? Wieso geht er nicht zu Britain God's Talent oder sowas oder was weiß ich? Spanien God's Talent oder wie das alles so heißt, dieser Supertalent-Kram in anderen Ländern. Aber vielleicht war er da schon und versucht es jetzt in Deutschland. Und bei dieser Sendung war es ja mal wieder ganz krass, sozusagen kaum Leute aus Deutschland dabei. Alles welche aus dem Ausland, wo ich mir jedes Mal denke, die hat doch das Supertalent eingeladen, die sind doch bezahlt. Und wenn man bei manchen googelt, findet man sogar raus, aha, die waren schon bei der Fernsehsendung, bei der Fernsehsendung, bei der Fernsehsendung und bei der Fernsehsendung. Also das ist doch schlichtweg Betrug. Und dieser Ali B. Davis, das ist doch auch schlichtweg Betrug am Zuschauer und an den Kandidaten, die sich da ernsthaft bewerben. Und dann sagen wir, behave mit der Fernsehsendung und bei der Fernsehsendung. Untertitelung des ZDF, 2020